Hallo meine lieben Götter und auch hallo an alle, die es vielleicht werden wollen. Herzlich willkommen hier zu einer ganz frühen Alpha eines Spiels, das sich gerade eben in den Kickstarter begeben hat von 42 Bits Entertainment, nämlich Fata Deum. Was ist Fata Deum? Fata Deum ist ein Spiel, bei dem ihr in die Haut eines Gottes schlüpft und versucht, Menschen von euch zu überzeugen, dass sie an euch glauben sollen und wiederum gleichzeitig andere Menschen, die vielleicht an andere Götter, an konkurrierende Götter glauben, davon zu überzeugen, dass ihr der bessere Gott, der bessere Glauben für sie seid. Dazu habt ihr kleine Zauber, kleine Wunder zur Verfügung, bei denen ihr einerseits ihnen das Leben leichter machen könnt, sie aber auch unter Umständen einschüchtern könnt, damit sie vielleicht auch euch fürchten, statt an euch zu glauben und ihr könnt ihr Leben erleichtern oder wenn sie ums Verrecken, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht an euch glauben wollen, ihnen eventuell das Leben zur Hölle machen könnt. Ja, das hier ist wie gesagt eine ganz, ganz frühe Version des Spiels. Ich möchte das gleich am Anfang sagen, es ist eine Alpha, erwartet also quasi jetzt hier keine bombastischen Sachen, obwohl ich jetzt schon dazu sagen möchte, ich kenne mich mit Alphas aus und ich bin überzeugt von diesem Produkt bis jetzt. So überzeugt davon, dass ich euch hier gerade mal zeigen will bei Kickstarter, ich habe es hier selber zusammen mit meiner Frau schon unterstützt. Also genau genommen läuft das quasi unter dem Namen meiner Frau. Ich unterstütze das Ganze jetzt erstmal hier in Form dieses Videobeitrags. Ihr seht, da oben kommt ihr ohne Probleme hin zu kickstarter.com slash project slash ford2bizentertainment und so weiter und so fort. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, für euch ganz leicht zu finden. Sie haben noch eine ganze Menge Zeit, 32 Tage, wollen momentan erstmal nur 40.000 Euro, um das Projekt zu realisieren. Dann haben wir quasi sozusagen das Kernspiel, aber es gibt natürlich auch noch Stretch Goals hier unten. Ihr seht bis zu 100.000, vielleicht kommen sogar noch mehr, wo das Ganze bereits jetzt so geplante Spiel noch mehr Möglichkeiten bekommt. Ich persönlich bin der Meinung, dieses Spiel hier hat auf jeden Fall die Chance verdient und deswegen will ich es euch jetzt hier einfach mal vorführen. Wir haben momentan eingeschränkte Möglichkeiten. Es ist logisch, es ist eine ganz, ganz frühe Alpha, kann man einfach nicht oft genug betonen, damit nicht irgendeiner jetzt hier auf die Idee kommt, das sieht aber komisch aus oder warum gibt es so wenig Möglichkeiten. Ja, weil es eine Alpha ist. Stellt euch das einfach so vor, es ist wie bei einem Auto. Da ist noch kein Lack dran, da hat es noch keinerlei Komfortfunktionen. Das ist einfach nur der Motor mit der grundlegenden Karosserie, ohne dass irgendwas schön gemacht worden ist. Also, das Ding kann fahren, aber du sitzt halt quasi auf einer Eisenstange. Wobei, so schlimm ist es gar nicht. Ihr werdet es gleich sehen. Also, es ist auf jeden Fall bis jetzt eine sehr, sehr schöne Sache. So, wir haben zwei Startmöglichkeiten. Einmal, wir können den ganz normalen Start starten, also wie es halt anfängt. Oder es gibt so eine Art, ja, Tech-Demo, die lassen wir jetzt allerdings an der Stelle gerade eben mal weg. Vielleicht hänge ich die später noch an. Das zeigt so ein bisschen das Endgame, wo man aber als Spieler nicht viel machen kann. Das soll einfach nur zeigen quasi, wo die Reise hingehen soll. Wir können uns einen konkurrierenden Gott auswählen, der also quasi gegen uns arbeitet, der einen Konterglauben aufbaut. Das wäre hier zum Beispiel die Möglichkeit, der Gott der Gewalt oder der Fruchtbarkeit oder der Freuden oder des Verrats. Ich entscheide mich dann tatsächlich hier für den Gott der Gewalt. Denn wir wollen ein Friedensgott sein. Es sei denn natürlich für die Jungs, die an den Gott der Gewalt glauben. Ich glaube, die stehen darauf. Da kann man vielleicht auch mal den einen oder anderen Blitz runterschicken. Aber vielleicht verwechseln wir uns dann mit ihm. Wir wissen es nicht. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren und gehen jetzt rein. So, wir überspringen hier ganz, ganz kurz mal hier diese Ladezeit. Denn das dauert aufgrund der Tatsache, dass es eine Alpha ist, ein bisschen länger, wie ihr seht. Das freest jetzt hier kurz. Wir sind gleich drin, wenn wir drin sind. Bis gleich. So, und damit sind wir jetzt hier auch drin. Es gibt hier mehrere Dörfer, wie ihr sehen könnt. Also ich kann mich jetzt hier auch frei bewegen. Ich kann das Ganze hier drehen. Ich kann ein bisschen rauszoomen, wenn ich möchte, wie ihr seht. Da oben zum Beispiel sehen wir unsere, ja nennen wir es mal Kultstätte. Das ist so der Ort, von dem aus wir quasi existieren. Wenn ich auf die größte Map hinaus gehe, dann seht ihr dann zum Beispiel, dass hier die Konkurrenzgottheit sitzt. Es gibt momentan sechs Siedlungen. Die alle so in gleicher, fairer Weise zueinander entfernt stehen. Wir beginnen am besten in dieser Siedlung hier. Denn da glauben die Leute unter Umständen schon an uns. Wir gehen mal näher rein. Ich will euch das hier mal ganz, ganz ruhig zeigen. Ihr seht jetzt hier die Leute hier. Ja, die sitzen jetzt hier gerade eben so fröhlich rum. Und machen relativ wenig. Was ich jetzt hier machen kann, oder was heißt sie machen relativ wenig? Das stimmt eigentlich gar nicht. Die sind sehr, sehr geschäftig, wie ihr sehen könnt. Die machen nämlich unter anderem hier, ja, Holzfällerarbeiten. Und bauen tatsächlich, ja, Werkstoffe ab. Und mit diesen Werkstoffen könnt ihr Dinge tun. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier auf so ein Gebäude draufklickt, dann seht ihr zum Beispiel, dass die hier mit der Zeit, ja, Materialien abbauen. Oder wie viele Leute hier dran arbeiten. Drei von vier. Und, ja, wie viel Power die im Grunde noch haben, um ihre Arbeit zu verrichten. Ihr seht also quasi schon mal, wo das hingeht. Also die Leute haben quasi, ja, im Grunde, ja, Energie, die sie zum Arbeiten verwenden können. Und wir können das zum Beispiel auch manipulieren. Allerdings nicht am Anfang. Am Anfang müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die Menschen glücklich sind. Ich klicke jetzt hier zum Beispiel auf Jenna Hoeven und kann jetzt dadurch hier ein Wunder wirken. Am Anfang hat man nur ein einziges Wunder. Das hängt davon ab, wie viele, ja, Follower ich habe. Ha, irgendwie kommt mir das vor wie mein Beruf. Ich habe mehr Macht, umso mehr Follower ich habe. Also auf jeden Fall geht es einfach darum, weil sie umso mehr Leute an mich glauben, desto mehr Möglichkeiten habe ich. Und am Anfang habe ich nur die Möglichkeit, Liebe zu verbreiten. Ihr seht, was das kostet. Es kostet mich gerade einmal 6,46 Mana. Ich habe aber 4,90. Das mache ich jetzt einfach mal. Und das freut jetzt die gute Jenna natürlich. Und wenn ich das jetzt hier mit mehreren Leuten am Anfang mache. Ihr seht, bei der kann ich das gerade eben gar nicht machen. Bei dem kann ich das machen, genau. Dann, ähm, Moment halt. Ich wollte das gerade eben machen. Dankeschön. Bei ihm kostet es auch, äh, 6,1. Warte, 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 wo steht denn das hier? Was kostet denn das? Da, 6,14. Die Kosten gehen auch tatsächlich runter, umso mehr Leute an euch glauben. Und es ist umso teurer, ja, umso weniger Leute an euch glauben. Das macht in gewisser Weise natürlich schon Sinn, ne? So, ich mache das jetzt auch mal hier, wie ihr seht. Jetzt ist es noch bei 6. Oder, warum ist es bei 6? Genau, nur noch 6,1. Und umso mehr Leute, die ich jetzt hier quasi glücklich mache am Anfang, desto, ähm, ja, desto mehr Leute glauben an mich. Und ich muss jetzt halt gucken, dass ich auf 5 Leute komme, die, äh, an mich glauben. Deswegen muss ich jetzt hier alle finden, in diesem Ort, die ich irgendwie glücklich machen kann. Da, so, jetzt habe ich einen Follower gewonnen, wie ihr seht, ne? Also, inzwischen habe ich genügend auf mich aufmerksam gemacht, dass die Leute der Meinung sind, boah, dieser Mörb, der ist ein Gott. Also, so scheiße ist der gar nicht. Also, vielleicht, vielleicht hänge ich mal ein Bild von ihm auf oder sowas in der Art, ne? So in der, äh, Gestalt. So, ich bin ja gerade eben nur mal am gucken, ob ich hier noch irgendwie jemanden vergessen habe. Äh, wenn mir das dann quasi so auffällt, okay, ich finde hier gerade eben niemand mehr, kann ich auch zu einer anderen Siedlung gehen. Allerdings, ähm, sind da die Aktionen teurer, denn hier glaubt unter Umständen noch niemand an mich. Ihr seht, es kostet das jetzt hier 13,94, aber ich habe genügend, Mann, ah. Also, warum soll ich jetzt hier gerade eben in der Not sparen, wo ich ganz dringend, äh, ja, Follower brauche. Und deswegen butter ich da jetzt auch gerade eben ordentlich rein und habe jetzt hier die nächste Stufe freigeschaltet dadurch. Und durch diese nächste Stufe habe ich neue Möglichkeiten bekommen. Ich kann nämlich jetzt hier zum Beispiel die Leute hier inspirieren, wie ihr seht. Äh, und das sorgt dafür letzten Endes, Moment, äh, ja, das boostet ihre Produktivität. Also, sie bauen dann mehr Ressorts ab, mehr Nahrung, mehr Stein, mehr Holz, je nachdem, was sie gerade eben machen. Äh, oder ich kann hier sie, äh, ja, kräftigen in gewisser Weise. Also, sie bekommen im Grunde mehr Energie, das heißt, sie können länger arbeiten. Und mit jeder Stufe, die ich jetzt hier dann quasi bekomme, desto, ja, mehr können die dann letzten Endes arbeiten. Also, ich könnte zum Beispiel auch mal ganz, ganz kurz hergehen und einfach sagen, komm, ich möchte auch noch diese Leute jetzt hier schon mal ein bisschen viel von mir überzeugen. Ähm, die sind sehr weit weg von mir. Hier glaubt auch kein Schwein an mich. Und deswegen kostet mich das jetzt hier auch, sage und schreibe, 18. Aber dadurch, dass ich das jetzt hier schnell mache und meinen Mana hier ausgebe, habe ich jetzt hier einen sehr, sehr schnellen Stock an, äh, ja, an potenziellen Gläubigen. Und jetzt ist der Tag vorbei und jetzt sind wir in der Nachtphase. Die Nachtphase, das ist eine ganz, ganz besondere Phase. Ähm, da können wir in die Träume der Leute eingreifen. Und, äh, das Interessante an der ganzen Sache ist, hier kann ich mir jetzt echt Zeit lassen. Denn die Nacht, die endet erst, wenn ich es will. Zumindest in der jetzigen Version. Ich weiß nicht, ob das dann quasi der finalen Version so sein wird. Da werden die entsprechenden Entwickler sicherlich, äh, darüber entscheiden. Aber, ähm, wir können jetzt hier in der Nacht erstmal in aller Ruhe, währenddessen die Menschen träumen, ihre Träume manipulieren. Zum Beispiel hier im Stadtzentrum könnten wir zum Beispiel sie jetzt beauftragen, ähm, ja, meinen Einfluss, äh, zu vergrößern. Have, äh, them find a suitable place to settle. Also das heißt, sie würden eine weitere Stadt gründen oder sowas in der Art und Weise. Ähm, das würde natürlich auch, ja, wir sehen, Mana kosten. Also ich könnte jetzt einfach sagen quasi, komm, äh, die könnten zum Beispiel sich jetzt hier niederlassen. Das, äh, würde mich 38,9 Mana kosten. Aber ich denke, das ist momentan eigentlich noch gar nicht das, was wir wollen. Denn diese Siedlung ist noch echt klein. Denn alle diese Bubbles, die ihr hier seht, diese Traumbubbles, das sind alles Dinge, die, äh, letzten Endes für Gebäude stehen, die gebaut werden können. Zum Beispiel könnte ich jetzt hierher gehen bei dieser Bubble und könnte sagen, ich fände es total cool, wenn ihr natürlich zu meinen Ehren, denn ich bin ja schließlich hier der Gott, äh, 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 einen Tempel baut. Ne, also let them worship you in a style of, äh, in to strengthen their faith in you. Hopefully extra Mana included. Also ich bekomme dann auch mehr Mana, wenn sie das bauen. Das dauert eine Weile. Die müssen tatsächlich diese Ressourcen, die sie dafür benötigen, äh, abbauen. Also ihr seht hier zum Beispiel Holz. Sie brauchen 110 Holz. Momentan haben sie 60. Dann würden sie das Ding bauen. Ja, und beginnen damit quasi dann am nächsten Tag. Das ist sozusagen jetzt hier die Aufgabe, die ich jetzt hier stellen kann. Selbiges kann ich jetzt aber auch natürlich im anderen Ort machen. Äh, zum Beispiel hier. Da seht ihr quasi, die haben ihre eigenen Bauplätze und können demnach auch auf eigene Art und Weise expandieren. Es gibt aber auch besondere Orte, wie zum Beispiel das hier. Hier könnte ich zum Beispiel eine Mine bauen, die dann letzten Endes wiederum entsprechende Ressourcen, also ich nehme mal an, ja, eventuell Stein oder Eisen oder sowas, eine Art und Weise abbaut. Denn es gibt auch tatsächlich kriegerische Akte. Also ich kann zum Beispiel auch die Leute, oder zumindest ist das so geplant, äh, wie ihr seht, auf einen Raid schicken, um andere Ortschaften, höchstwahrscheinlich eher die der konkurrierenden Gottheit, ja, zu schleifen oder sowas in der Art und Weise. Wie genau, kann ich gar nicht sagen, denn das ist alles noch ein bisschen, ähm, ja, in der frühen Phase und ich habe noch nicht alles ausprobieren können. Ich stelle euch das gerade eben einfach nur mal vor. Äh, ihr seht aber auch, ich kann auch ihren Arbeitsmodus ändern. Ich kann also dafür sorgen, dass sie ein bisschen relaxter arbeiten, dass sie, äh, sich nicht überanstrengen, dann regenerieren sie mit der Zeit eher, sind vielleicht ein bisschen weniger produktiv, aber, ja, sie sind einfach dauerhafter quasi auf demselben Arbeitslevel. Oder ich kann einfach sagen quasi, ich kann ihren Arbeitsoutput erhöhen, weil ich ja meine, ihr kleinen, unwürdigen, sagen, ihr baut jetzt gefälligst diesen Tempel. Ähm, das sollte man allerdings irgendwann mal auch mal wieder ausstellen, weil ansonsten, äh, erschöpfen sie und dann sind sie nicht mehr so produktiv. Also sie sind dann kurzzeitig besser, aber in der, in der Long Run sind sie dann quasi schlechter unterwegs. Man kann aber auch sagen quasi, ja, sendet irgendwie Essen zu irgendwie einer anderen Siedlung, wenn ihr zum Beispiel der Meinung seid, hey, ähm, die eine Siedlung, die performt nicht gut, denn fehlt es einfach an irgendetwas, dann könnt ihr tatsächlich eine andere Siedlung im guten, menschlichen Miteinander davon überzeugen, als euer Gott. Wunderwirkend, dass diese, wie aus heiterem Himmel, ihnen ein Geschenk darbieten. Nur so zum Beispiel. Und, äh, ich kann mir auch vorstellen, äh, ich weiß es nicht, ob das so geplant ist, aber es wäre interessant, wenn man das vielleicht sogar mit einer Siedlung machen könnte, äh, mit einer verfeindeten Gottheit, ähm, ähm, dass die dann plötzlich, äh, eventuell von euch überrascht, wenn man denkt, boah, die Menschen, die an den glauben, sind voll cool. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich weiß nicht, wie weit die Entwickler, äh, an sowas denken, aber spätestens jetzt habe ich es gesagt und deswegen gehe ich davon aus, ab jetzt denken sie daran. Weil ich auch davon ausgehe, dass sie dieses Video hier sehen werden, denn ich habe ja schließlich auch die Alpha von ihnen. So, ähm, was ich jetzt hier machen möchte, ist natürlich auch nochmal einen, äh, Tempel bauen. Das kann ich nämlich hier auch machen. Aber, ihr seht, ne, hier habe ich, ähm, ja, nicht genügend Mana. Ich habe nur noch 40 Mana und es gibt hier nicht genügend Gläubige und die sind auch zu weit weg von, äh, meinem, ja, äh, äh, keine Ahnung, von meiner Entität. Nennen wir es die Entität. Und deswegen, ähm, funktioniert das an der Stelle gerade eben hier nicht so gut. Aber was ich noch machen kann, ist zum Beispiel zu sagen, denen hier, ähm, könnt ihr vielleicht, ne, können sie auch nicht. Okay, das geht nicht. Also, was ich jetzt zum Beispiel machen kann, ist diese Leute hier dazu zu bewegen, vielleicht hier, ja, Waren zu schicken. Die sollen jetzt einfach mal Holz dahin liefern. So, das hat jetzt hier nochmal meine Mana hier verbraucht. Also, die schicken dann quasi das Holz jetzt dann einfach mal da hoch. Wir hoffen, dass die dann jetzt hier den Tempel zu meinen Ehren hier natürlich schneller bauen. So, wir gehen mal weiter. Zack. Ich beende jetzt hier gerade eben mal die Nacht per Knopfdruck. Und jetzt geht, äh, die Nacht, äh, der Tag wird von vorne los. Und ihr seht, also es gibt auch immer getrennt Mana zwischen Tag und Nacht. Ein Teil des Manas, äh, von dem Tag wird auf die Nacht übertragen. Aber es wird keine Mana von der Nacht auf den Tag übertragen. Ob diese Spielmechanik so bleibt, kann ich nicht sagen. Müssen wir einfach mal abwarten, ne. Also, das ist so, das sind so Dinge, das weiß ich einfach nicht. Und ich weiß auch nicht, ob sie Entwickler schon wissen, ob sie das so beibehalten wollen. Wie gesagt, ist eine frühe Alpha. So, das seht ihr hier. Jetzt fangen die hier schon mal an, hier zu arbeiten. Was ich saukool finde. Also, man kann ja wirklich sehen, wie der Arthus Zasen hier jetzt so richtig an die Arbeit geht. Und man sieht auch quasi, ähm, wie viel Energie er hat. Also, 94%. Der hat auch eine Produktivität von 96,25%. Ich könnte jetzt seine Produktivität einfach mal steigern. So, habe ich ihm mal hier 200 Produktivitätspunkte gegeben. Jetzt gucken wir mal, wie sich das auf ihn auswirkt. Seine Produktivität schießt jetzt auf einmal hier voll durch die Decke. Der Junge hat einen Motivationsschub. Er wurde von seiner Gottheit berührt, geküsst. Keine Ahnung. Stellt euch irgendetwas Unverfängliches vor. Auch wenn es euch schwer fällt, ich weiß. Und ihr seht es also quasi, der legt es hier so richtig los. Und ich kann das aber auch mit ihm hier machen. Oder ich kann dafür sorgen, dass er jetzt hier in seinem Arbeitseifer, wie ihr seht, das geht nämlich auch auf seine Energie, eventuell das ewig durchhält. Naja, sorgen wir erstmal dafür, dass der Junge hier auch mal voll motiviert an die Sache rangeht. So. Aber das Problem ist, glaube ich, mir ist jetzt gerade eben hier das Holz ausgegangen. Also ich sollte eigentlich eher dafür sorgen, dass der hier nochmal voll motiviert bei der Sache ist, um noch mehr Holz zu produzieren. Das würde, glaube ich, meinem Plan hier deutlich besser hier hineinlaufen. So. Was macht sie eigentlich hier gerade eben? Ich weiß es nicht. Die Jenna. Die hockt hier einfach nur bei dem Haus rum. Okay, äh, ich mache aber auch mal quasi, ne, Inspiron kann ich nicht. Aber ich kann sie nochmal glücklicher machen. Das sollte man auch tun. Denn, äh, man kann täglich jeden, also jeden Pop im Grunde eigentlich einmal glücklich machen, wenn man das möchte. Und im Grunde lohnt sich das eigentlich auch. Man will ja auch, äh, und so, jetzt habe ich auch 10 Follower, damit ist hier die nächste Stufe freigeschaltet. Ähm, diese nächste Stufe. Ermöglicht mir, glaube ich, auch, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß nicht alles auswendig, was jetzt hier alles möglich ist. Aber man kann auch Gebäude manipulieren. Oder segnen, besser gesagt. Also ich kann zum Beispiel jetzt hergehen, unter Umständen genau, um Gebäude zu segnen, indem ich zum Beispiel jetzt einfach mal sage, komm. Äh, ah, ne, jetzt sehe ich, was ich machen kann. Ich kann sie heilen, wenn sie verletzt sind. Genau, das ist jetzt meine nächste Möglichkeit. Ich kann dafür sorgen, dass die geheilt werden, wenn sie sich zum Beispiel wehgetan haben. Genau, das ist die nächste Machtstufe, die ich habe, um ihnen zu zeigen, was für ein toller Gott ich bin. So, gucken wir mal, was ich hier noch machen kann. Äh, habe ich dich eigentlich jetzt hier schon mal produktiver gemacht? Ich mache dich mal produktiver. So, genau. Tu mal dein Ding, du. Die Weiß sind wir hier. Da sind wir noch nicht so mega krass weit. Hier fehlt es halt immer noch an Holz, ne, das ist das Hauptproblem. Ist der hier noch voll am Start? Der ist, glaube ich, noch voll am Start, aber ich kann ihm mal extra Energie geben. Dann macht er vielleicht noch mal ein bisschen weiter. Und wir sehen oben links übrigens, äh, der Konkurrenzgott. Der Konkurrenzgott, der verkackt gerade eben echt Hardcore, aber das liegt daran, dass die, äh, KI momentan noch sehr basic ist, ne. Bitte ignoriert das einfach, das ist einfach nur zu zeigen, ja, es gibt schon eine konkurrierende Gottheit und die arbeitet auch gegen, also ihr eigenes Ding, aber sie reagiert nicht auf mich. Sie macht einfach, sie spult momentan nur ein Programm ab. Es ist eine frühe Alpha, außerdem sehen wir gerade eben, wie die andere Gottheit hier gerade eben Dinge getan hat. Moment, schon mal. Da wollen wir vielleicht mal ein Wörtchen mitreden. Vielleicht wollen wir hier auch mal nochmal den einen oder anderen hier überzeugen von uns. So, das könnte vielleicht dazu führen, dass wir noch mehr Follower bekommen, weil der Junge hat nämlich auch schon jetzt hier einen Follower. Und das wollen wir natürlich nicht. Also ihr seht, ihr könnt euch voll und ganz auf einen Ort konzentrieren und den voll ausbauen. Aber das hat dann natürlich auch die Konsequenz, dass ihr vielleicht nicht so viele, äh, Follower habt. Also ihr braucht halt einfach viele Follower, um möglichst viel Macht zu haben. Im Grunde ist das gleichzeitig ja auch ein, äh, Influencer-Simulator. Wie wir sehen, ein Gott ist einfach nur ein Influencer. Nur mit magischen Fähigkeiten. So, es ist gleich wieder, äh, nachts, so wie es aussieht. Und mein, mein, meine Manna, äh, ja, hat aufgehört quasi zu steigen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt darauf einstellen, weil die kehren jetzt hier gerade eben alle zurück. Dass es jetzt hier gleich wieder sehr, sehr nächtigend sein wird. Genau, und da ist es schon passiert. Jetzt bekommen wir wieder das nächtliche Manna. Und können uns überlegen, was wir jetzt damit machen. Ihr seht jetzt hier, der Tempel ist jetzt hier schon fertiggestellt, so wie es aussieht. Und, äh, ich habe jetzt hier gerade eben irgendetwas mit dem gemacht, was ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht hätte, dass da was passiert. Also ich habe irgendwas damit gemacht. Ich hätte es vielleicht lesen sollen, aber ich habe stattdessen geklickt. Typischer Merp eben. Auch hier kann ich, ach nee, ich glaube, kann ich das reparieren, heißt das? Moment, wenn ich Maus-Over mache. Was heißt denn das dann? Shift Focus to Farm. Ah, show them where you want their attention. Ah, das ist es also. Das habe ich gemacht. Also ich habe jetzt quasi sie dazu gebracht, geht in meinen Tempel und würdigt mich, denn ich habe euch dazu gebracht, diesen Tempel zu bauen und dafür feiert mich. Sehr egozentrisch, muss man schon sagen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich diese Art von Gottheit sein würde, aber man lernt nie aus. So, das kann ich aber auch hergehen und einfach zum Beispiel sagen, sie sollen jetzt hier quasi ihre Produktivität erhöhen oder einfach jetzt mal chillen. Ähm, ich sage einmal mal, das ist jetzt völlig okay, also sie können jetzt erstmal hier so bleiben. Ähm, ihr seht momentan hängen die jetzt hier so rum, wir können auch andere Gebäude bauen, ne. Also es gibt ganz viele Gebäude, die man bauen kann, jetzt schon, ich kann zum Beispiel hier so eine Hütte bauen, dann haben die eine Möglichkeit dort zu schlafen. Dann kann ich hier eine Taverne bauen, das sorgt wiederum dafür, dass sie hier sich noch mehr entspannen können, also wahrscheinlich bauen sie dann wieder ihre Energie wieder auf. Äh, also ihr seht schon, da sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, da steht zum Schlottern, ähm, and enjoy each other's company. Also vielleicht gibt es auch ein Sozialsystem oder vielleicht ist es ein potenzielles Stretch-Goal. Man weiß es nicht, ne. Also momentan ist es nicht geplant, glaube ich, aber die Möglichkeiten sind mannigfaltig bei einem solchen Spiel. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn es mal wieder so ein Spiel geben würde, denn, ähm, ich bringe jetzt mal den direkten Vergleich wie damals, ne. Black & White war einfach ein Spiel, das seinesgleichen gesucht hat und ich, äh, finde es schade, dass es ein solches Spiel seit langer, langer Zeit nicht mehr gegeben hat. Und ich freue mich, dass, äh, 4-2-Bits Entertainment diese Idee wieder aufgegriffen haben. So, äh, würde ich auch mal sagen, was können wir denn noch machen? Eine Residenz. Oh, what they actually do inside is beyond you, but they all wish to live in a nice home. Okay, also ich kann einfach sagen, ihr, sie bekommen einfach nur so eine, ach komm, die soll jetzt mal sich eine Hütte bauen. Genau, das ist jetzt geplant. Ihr baut jetzt hier eine Hütte, Freunde. Ihr baut jetzt hier eine Hütte. Kann ich euch jetzt hier eigentlich sagen, dass ihr jetzt auch mal einen Tempel bauen sollt? Nein, immer noch nicht. Kann ich euch das hier sagen? Auch nicht. Okay, also ihr seht, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Aber dann nutze ich doch jetzt einfach mal hier diese Jungs aus und sage, komm, ihr, ihr schickt jetzt einfach nochmal Holz da hoch. Die können es brauchen. Und wir machen jetzt hier nochmal die Nacht vorbei und lassen den nächsten Tag beginnen. Jetzt sollen die nämlich jetzt hier mal anfangen. Oh, was ist denn da los? Was ist denn da los? Da ist irgendetwas los. Ah, ha. Ich kann healen. Na, ich mache erstmal jetzt hier quasi die Leute glücklicher. Habe schon 13 Follower. Ihr seht übrigens auch, dass meine nächtlichen Aktivitäten, das Eingreifen in die Träume, auch Follower letzten Endes auslösen. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Und jetzt gehen die alle hier hin. Hoch. Oh. Und der andere Gott bestraft meine Leute dafür, dass... Oh, das geht ja wohl nicht. Ich heile dich jetzt. Ich zeige dir, dass ich der Gute bin. Das gibt's ja wohl nicht, was der Typ jetzt hier gerade eben veranstaltet, ey. Kam gerade eben an und straft meine Gläubigen. Ihr seht das Rote da, das ist der Böse. Geh weg. Ich fahre zur Hölle, wo du hingehörst. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, ihr seht, die Baune sind eine ganze Menge hier in Glauben auf. Ich kann aber auch, glaube ich, dafür sorgen, dass die jetzt hier genau glücklicher werden. Sehr gut. Kann es sein, dass der Schaden genommen hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Man sieht ja quasi das, glaube ich, anhand ihres grünen Balkens da. Ich heile den jetzt hier einfach mal. Ich glaube, der hatte Schaden genommen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ihr seht auf jeden Fall, durch mein Handeln jetzt hier und das Konkurrenzhandeln mit dem anderen Gott, hab ich Netto gewonnen. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt einfach mal betonen. So, der Junge chillt da. Ach komm, lass ihn chillen. Wir machen ihn einfach dabei nochmal ein bisschen glücklicher. Und schon legt er los und arbeitet hier wieder. Und ich kann jetzt hergehen und einfach mal sagen, komm, sei mal hier der inspirierte Welche. Okay, einfach mal hardcore loslegen, ne. So, warte mal, es gibt aber noch eine zweite Person. Es gibt nämlich noch eine Möglichkeit, wenn ich mich beide Leute, die hier arbeiten, es arbeitet ja bloß, glaube ich, gerade eben nur einer, ähm, segne, dann kann ich auch das gesamte Gebäude bezaubern. Aber momentan sehe ich das nicht. Weil die zweite Person gerade eben, glaube ich, einfach nicht da ist. Kann gut sein, dass die eventuell hier gerade eben mit anderen Dingen... Ah, da ist sie. So, mit dir mache ich das Gleiche. Und dich auch glücklich. Und jetzt müsste das eigentlich... Vielleicht habe ich aber auch noch nicht das Machtlevel, das kann durchaus sein. Es ist durchaus möglich, dass mir das Machtlevel fehlt. So, ich gebe euch nochmal ein bisschen Energie. So, jetzt gucke ich mal, ob ich dadurch jetzt hier irgendwie was machen kann. Ne, noch geht's nicht. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt hier hardcore dabei, hier Nahrungsmittel zu produzieren. Und wir können auch, glaube ich, hier sehen, was jetzt hier alles so angesammelt haben. Halt, ich muss mal rauszoomen, damit ich es hier besser sehe. Maus-Over zeigt hier zum Beispiel die durchschnittliche Energie meiner Bevölkerung. Wie viele Bevölkerungen ich habe. 12 von 28 hier. Äh, wie viele Gebäude ich habe. Ähm, die Religion, dass 74% an mich glauben. Und einer glaubt an Mutter Natur. Was ist eine Frechheit. Und hier sehen wir dann die durchschnittliche Produktivität meiner Leute. Hier sehen wir dann quasi die Religion des Anderen. Also, das ist alles hier bis jetzt schon relativ übersichtlich dargestellt. Ähm, aber ich nehme mal an, das ist alles auch bis jetzt erst noch so ein bisschen Platzhalter. Da wird wahrscheinlich noch das eine oder andere verändert werden. So, ich mache jetzt den Jungen hier auch nochmal ganz, ganz kurz mal glücklich. So, und die bauen jetzt da drüben hier die Bude weiter. Kann ich mal dafür sorgen, dass der hier vielleicht motivierter bei der Sache ist. Und dabei auch noch glücklich ist. So, und selbiges hier nochmal. Maximale Motivation. Ihr seht es hier, es rast die Produktivität von dem Dude hier jenseits quasi an uns vorbei. Durch den Himmel durch und auf der anderen Seite wieder raus. Also, der macht also quasi den 360 und ist wieder zurück auf der Erde. Und dann ist das Ding auf einmal plötzlich fertig. So, jetzt bin ich am überlegen, ob ich allerdings hier nochmal ein bisschen manipulativ, bevor die Nacht kommt, hier nochmal eingreifen will. Denn es gibt ja auch hier Menschen, ja. Und ihr seht auch, diese Siedlung ist ein bisschen größer. Da kann ich jetzt hier nochmal ein bisschen Glauben verteilen. Äh, in der Hoffnung, dass ich dadurch auch nochmal ein paar Follower hier generiere. So. Und ihr seht, es läuft halt... Ah, jetzt habe ich schon 15, das ist sehr wichtig. Ich muss halt gucken, dass ich halt vor dem anderen bleibe. Und ich möchte das nächste, äh, das nächste Machtniveau erreichen. Ah, und es fehlt mir halt Mana. Ich glaube, ich werde auch kein Mana mehr bekommen, weil ich glaube, das Daily Mana habe ich jetzt aufgebraucht. Aber immerhin habe ich es auf 15 Follower geschafft. Ja, und damit sind wir jetzt hier schon wieder beim nächsten, äh, Nachtzyklus angekommen. Und, äh, ich könnte jetzt natürlich auch noch, ähm, machen wir jetzt nicht, weil das würde hier tatsächlich den Rahmen sprengen. Aber ich könnte jetzt natürlich jetzt auch noch hergehen und dann jetzt hier zum Beispiel eine, äh, ja, eine Baracke bauen. Äh, die es mir dann ermöglicht quasi den Leuten beizubringen, wie sie sich gegenseitig umbringen, was Götter halt so tun, ne, Heiliger Krieg und so, das Übliche. Äh, ich könnte aber auch noch andere Dinge tun und ihnen zum Beispiel, äh, Bildung vermitteln, indem ich dann einfach sie an der Schule bauen lasse. Und so weiter und so fort. Oder auch einen Friedhof. Und ja, aus Friedhöfen können Zombies entstehen. Zumindest nach aktuellem Stand der Dinge. Also auf jeden Fall, liebe Leute, das war jetzt erstmal so der Einblick, den ich euch jetzt hier quasi schon mal so grob geben wollte. Das ist sozusagen das Kernspiel. Ähm, natürlich bin ich mir sicher, dass die Entwickler deutlich mehr geplant haben. Und umso mehr ist möglich, desto mehr natürlich das Projekt unterstützen. Deswegen will ich euch an dieser Stelle einfach dazu aufrufen, wenn euch das interessiert, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ähm, dann überlegt euch ernsthaft, das Projekt zu unterstützen. Unten in der Videobeschreibung befindet sich der Link zu Kickstarter. Die haben gerade erst angefangen. Es sieht gut aus. Aber nur mit eurer Hilfe wird das Ganze hier natürlich auch zum Erfolg geführt. Und damit bin ich raus an der Stelle. Äh, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es noch angehängt habe. Äh, vielleicht zeige ich euch noch so ein bisschen das Endgame-Zeug. Aber auf jeden Fall, von mir hört ihr zumindest jetzt fürs Erste nichts mehr. Macht's gut. Bis bald auf meinem Kanal. Schöne Zeit. Tschüss und ade. Tschüss. VIH. Es ist niemals zurise. Es ist niemals zu stagnieren. Ich bin totally zuerst wunderschönt. Ich bin viel zuvor und bhitter es genauer. Aber erstmalig ist es nicht zu Ende. Ich bin warm, weil ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020